Und mit der 20 Gertjahn Burishti. Für ihren Einsatz bereit war es nicht mit der Nummer zwei, drei Markus Kammel. Alle RSV05 alle! Alle RSV05 alle! Alle alle alle! Alle alle alle! Da musst du mal was zeigen, Mann! Kapitänsbeleidigung! Du sollst die Werbe, ich kenne mich. Gut gesagt. Ja, ja. Die Kullern auch mal in der Bundesliga. Kommt, zwei Tore verlohen! Super! Ihr macht das Spiel! Wir waren nicht von der Saison, oder? Na klar! Schieß doch! Los! Tor! Ja, die Kinder sammeln schon Steine, ja. Scheiß Sachsen! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Klar! Oh, nein! Gudmann! Ja, nein! Neuen! Gut, PJ! Jaw LAURA, jeder! Jetzt gibt es dem Ballonkopf, aber ich komme rechtən, das licht. Ja, wir machen den Ballonkopf. Nein! Warum nennen wir hier? Scheiß Röufchen, bitte zurück, ihr Penner! Braunschweiger! Arschlöcher! Tschüss! Ah, scheiße! Oh, bring ihn! Oh, der hat er falsch! Oh! Der knet nicht, du Verdader! Ja, das ist nicht so! Fein Waffe! Hey, 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 hey!